Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 2763 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Halt dich gut fest, dann gebe ich dir einen kräftigen Schwung. Halt dich gut fest, dann gebe ich dir einen kräftigen Schwung. Halt dich gut fest, dann gebe ich dir einen kräftigen Schwung. Der Zahnarzt kontrolliert alle sechs Monate den Zustand meiner Zähne. Der Zahnarzt kontrolliert alle sechs Monate den Zustand meiner Zähne. Ich werde nicht wieder mit dir sprechen, bis du dich entschuldigst. Ich werde nicht wieder mit dir sprechen, bis du dich entschuldigst. Farben lassen das Layout erst richtig wirken. Sie sind eines der mächtigsten Werkzeuge für Designer. Farben lassen das Layout erst richtig wirken. Sie sind eines der mächtigsten Werkzeuge für Designer. Ich bin gerade erst eingezogen und habe noch nicht alle Kisten ausgepackt. Ich bin gerade erst eingezogen und habe noch nicht alle Kisten ausgepackt. Meine Füße bleiben trocken. Ich trage Gummistiefel. Meine Füße bleiben trocken. Ich trage Gummistiefel. Die Bürgerinitiative setzt sich für den Erhalt von Feuchtgebieten ein. Mit einer Schnorchelmaske kann ich interessante Dinge auf dem Meeresboden sehen. Mit einer Schnorchelmaske kann ich interessante Dinge auf dem Meeresboden sehen. Kleine Kinder sollten niemals unbeaufsichtigt in einer Badewanne sein. Kleine Kinder sollten niemals unbeaufsichtigt in einer Badewanne sein. Kleine Kinder sollten niemals unbeaufsichtigt in einer Badewanne sein. Seid ihr euch jetzt einig über das Thema oder wollt ihr noch länger darüber streiten? Seid ihr euch jetzt einig über das Thema oder wollt ihr noch länger darüber streiten? Trotz meines Alters habe ich diesen Wettbewerb gewonnen. Trotz meines Alters habe ich diesen Wettbewerb gewonnen. Trotz meines Alters habe ich diesen Wettbewerb gewonnen. Ich mag Hausarbeit. Jetzt bin ich mit dem Bügeln fertig. Ich mag Hausarbeit. Jetzt bin ich mit dem Bügeln fertig. Ich mag Hausarbeit. Jetzt bin ich mit dem Bügeln fertig. Was kann ich heute für dich tun? Ich helfe dir, wo immer ich kann. Ich habe meinen Abschluss an einer amerikanischen Universität gemacht. Ich habe meinen Abschluss an einer amerikanischen Universität gemacht. Meine Eltern sind sehr stolz auf mich. Ich habe immer Zahnseide zu Hause. Sie ist unentbehrlich, wenn es um die Reinigung der Zähne geht. Meine Hände sind voller Mehl, weil ich einen Kuchen gebacken habe. Meine Hände sind voller Mehl, weil ich einen Kuchen gebacken habe. Komm bitte zu uns in den Besprechungsraum. Wir brauchen dich für eine wichtige Entscheidung. Komm bitte zu uns in den Besprechungsraum. Wir brauchen dich für eine wichtige Entscheidung. Wir brauchen dich für eine wichtige Entscheidung. Halte dich an meiner Hand fest und gehe vorsichtig über die nassen Steine. Halte dich an meiner Hand fest und gehe vorsichtig über die nassen Steine. Ich habe einen Fragebogen erhalten, den ich ausfüllen muss. Ich bin das erste Mal im Fitnessstudio und warte auf einen Trainer. Ich bin das erste Mal im Fitnessstudio und warte auf einen Trainer. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Du hilfst mir in allen Lebensbereichen. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Du hilfst mir in allen Lebensbereichen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Du hilfst mir in allen Lebensbereichen. Du hilfst mir in allen Lebensbereichen. Du hilfst mir in allen Lebensbereichen. Dann l rhetorisch. Die dreige Klänge werden dir in allen Lebensbereichen beurteile Kunden.